Oh mein Gott, der Typ von mir rastet voll aus. Oh shit, der ist geflogen! Was war das? Was war das? Oh shit! Was war das denn jetzt? Okay, wir haben jetzt ein Ziel, okay? Guck mich an. Wir werden das Boot finden. Was ist mit deinem Handy los? Das ist durchsichtig. Ist das ein neuer iPhone, oder was ist das? Ja man, iPhone 7. Ich hab das schon, ich hab schon 12. Ja, was soll man tun? Ach so, ja. Lass mal versuchen, nicht entdeckt zu werden, okay? Junge, Stealth ist mein zweiter Name. Außer John. Was ist Stealth? Ja, Marvin, John Stealth. Oh, das ist einer Marvin! Ein Gollum! Ein Gollum, komm still! Zurück! Wo? Dücken. Da, siehst du ihn? Ja, du... NICHT! NICHT! Stopp! Okay, ich seh ihn. Oh fuck, er sieht mich gleich. Ich glaub, das ist einer von diesen neuen Kreaturen, oder? NICHT! Er wirft nen Stein dahin. Okay, was bauen wir noch? Schwaben! Oh my god! Was ist das? Genau! Du bist hin... Oh, das wusstest du nicht. Das wusstest du auf keinen Fall. Du redest gerade im Game, ne? Ehrlich? Ja, wahrscheinlich wegen dem Walkie-Talkie. Guck... Hallo? Oh, oh! Warte mal, warte mal! Hallo? Achso, warte, ich muss auch. Microphone muted. Hallo? Oh Mann, das ist voll geil, dass wir mal so irgendwas verdrehen. Ja, jetzt brauchen wir keinen TS mehr, ne? Ja, Mann. Okay, was machen wir jetzt? Viel bessere Qualität auch. Oh Gott. Und wenn das Game richtig fertig ist, ne, dann... Boah, dann lutsch ich meinen Schwanz und den Scheiß. Wir brauchen eh nur einen. Ja, aber warte, dann lass uns den Dings hier entbauen. Wir kleinten. Oh! Oh my god, wie geil! Louis! Siehst du mich? Warte! Wo bist du? Siehst du das? Das sieht geil aus! Oh, das ist voll nice! Oh! 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 Man kriegt voll den Schock, wenn man oben ankommt. Boah, das Spiel sieht doch einfach nur geil aus. Mehr kann man dazu nicht sagen. Guck dir das an. Louis, stell dich hier zu mir und guck dir das an. Das sieht aus, als wenn du du kannst du mal sitzen würdest und eigentlich einfach... Das sind zwei, Louis, das sind zwei. Ja, trotzdem, die können's petzen. Die können uns petzen. Shit, das wollte ich nicht. Okay, kann schnell sein. Okay. Mikrofon muted. Jetzt drehen sie sich um. Kannst du noch überrasst mich? Äh, walkie-talkie. Wait. What the fuck? Das hat sich wunderschön angehört. Ich weiß. Entschuldigung. Oh, was machen sie... Was sammeln sich da hinten? Wieso... Wieso brauchen wir ein walkie-talkie, wenn wir direkt nebeneinander stehen? Hinter dir! Faggressiv ist die andere. Faggressiv ist die andere. Oh, oh, hier ist es! AHHHHH! Nein, hoch! Hoch, Alter! Nein, das sind so viele! Das sind so viele! Das sind so viele! Das sind so viele! Oh, ich werd geschlagen, Louis! Ich komm nicht hoch! Okay, chillt! Chillt alle! Chillt alle! Chillt alle! Marvin! Chillt euremeld! Chillt euremeld! Komm hoch! Schnell! Oh nein, die klettert! Lauf! 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 Oh mein Gott, hast du an Angst gemacht! Scheiße, 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 scheiße! Was ist das? Ne Bombe! Oh ja! Ich werd damit nicht viele wegkriegen! Lern wir mal runter! Wow, dieser Wurf! Oh mein Gott, dieser Wurf! Hast du das gesehen? Was passiert? Oh mein Gott! Du hast dich gesehen! Ich wär dafür, dass wir schnell runterrennen! Was ist das doch? Oh mein Gott! Komm, da kommen noch mehr! Da kommen noch mehr! Oh mein Gott! Wir haben richtig gelitten, irgendwie! Ich hab jetzt gestorben jetzt hier rein! Oh! 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 Willst du mich tösen? Du hast du gemacht! Nichts! Oh meine Ohren tun weh! Oh! Was ist das? Ich kann es nicht bauen, Marvin, ne? Das musst du bauen! Es ist fertig! Lass es doch! Es ist fertig! Ohne Biss jetzt! Louis? Ja? Ich wusste gar nicht, dass ich eine Eule bin, Alter. Hä? Ich falle! Ich kann Bäume klettern. Ich kann Bäume klettern. Ich auch. Ich falle. Hör auf, Manuel. Du musst richtig auf Leertaste drücken. Jetzt bin ich tot. Oh mein Gott, ich hab fast... What the fuck? Oh mein Gott. Das hab ich ja noch nie gesehen. Was meinste? Sollen wir da rein? Der Tennisball fällt. In Zeitlupe. Ich guck, ob hier Snacks drin sind. Oh, es wird dunkel, Mann. Sie kommen! Sie kommen nach Hause! Sie kommen nach Hause! Sie kommen nach Hause! Renn! Renn, Marvin! Wo bist du? Wo bist du? Renn, renn! Aber ich will in die Höhle, Alter. Ich will in die Höhle. Ich auch, Marvin. Ich hab ne Taschenlampe gefunden. Ich hab ne Taschenlampe gefunden, Louis. Junge, du kleine Hure. Boah, das wird damit noch gruseliger. Aber es sieht... Oh mein Gott, es sieht so geil aus, ne? Mit der Taschenlampe. Boah, hast du gefunden? Wir dich ja einfach alle aufgespießt haben. Was für Wichser, ey. Sollen wir's tun? Ja, let's do this. Okay, warte. Can't carry more water. Ich drück jetzt eh, ne? Warte mal. Oh, jetzt. Oh, 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 oh. Ich kletter gerade. Ich auch. Oh shit, Louis. Oh man, wenn ich weiß, ob das so ne gute Idee war. Gehst du immer noch runter? Ich bin unten. Oh shit. Ich auch. Siehst du mein Licht vor meiner Taschenlampe eigentlich? Ja, ich seh's. Warte. Ah, tauschen, okay. Erstmal nimmst du, wenn dein leer ist, dann... Irgendwie hab ich grad Angst. Ich auch. Oh, oh, oh. Oh, rostige Axt. Rostige Axt. Hier hab auch ne rostige Axt. Hier hab auch ne rostige Axt. Hier hab auch ne rostige Axt. Gerostete Axt, okay. Ich kann nicht weiter. Bist du hinter mir? Ja, aber ich seh dich nicht. Ich seh nur deinen Namen. Warte, ich mach auch Licht an. Ich seh dich nicht. Ich seh auch nur deinen Namen. Warte kurz. Ich muss schnell finden. Ich seh nur deinen Namen. Okay, wir können rechts lang gehen, wo ich zwei Viecher schon mal sehe. Aber wir gehen links lang, wo es runter geht. Hey. Hier ist es so groß. Meine Taschenlampe... Die zwei Leute sind da. Wo, wo? Ah ja, du bist schon weiter gegangen. Ja, du bildest ja gerade. Der Raum ist richtig groß hier. Da hinten seh ich was. Oh Marvin, das sind Leute. Ich weiß, ich geh... Da hinten seh ich ganz viel leuchten. Noch mehr Totenköpfe auf dem Boden. Es ist so... Boah, der Raum hier ist so riesig, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin soll. Einfach in den Boden rein... Wie groß ist die Höhle? Wir kommen ja nie wieder raus. Jetzt mal ohne Dreck. Ich schwör auf alles. Ich würd hier gerne rausgehen. Sollen wir die punchen, Marvin? Und dann? Boah, das ist ne Sackgas hier, oder? Ich punch jetzt den, ne? Okay, mach das. Oh! Es hat mich trotzdem geschraubt. Du stehst ganz woanders, Alter. Wie das aussieht. Spannendster Kampf ever. Kill him. Finish him. Yeah. Finish him. Er explodiert nicht. Hast du ihn grad gegessen? Was machst du? Ah ja, er sucht dir mich. Er kann nicht sterben. Okay, komm. Er droppt richtig viele Zähne. Okay, komm. Du, er ist ne endlose Zähnequelle. Wachst du hoch, Alter? Auf die Leiche. Er droppt immer wieder Zähne. Ich krieg gar nicht Zähne. Best game ever. Marvin, hier wird's ein bisschen komisch. Komm. Ja, warte. Ich fahr Zähne noch. Oh, Junge, ey. Was geht hier ab, Alter? Oh. Oh, Mann. Was ist das denn jetzt? Was ist denn hier? Achter. Oh, da oben. Oh. Wir haben den Ausgang, wir haben den Ausgang, wir haben den Ausgang. Das war geil. Hier steckt wieder so ne Axt drin. Alter. Okay. Okay, wo bist du, Mann? Ach, du bist noch nicht draußen. Okay, und wir sollen jetzt die Jacht suchen, oder was? Ja. Aber nicht jetzt. Du bist voll beruhigt am Spielen so, ne? Voll fixiert. Gehst wieder her, aber schreckst dich voll. Lachlos.